Dead Trooper Wargaming wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Und nun viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Playgames Alone. Heute reden wir mal über die bisherigen Heldenwochen, über die Tabelle und wie sich jeder Charakter geschlagen hat. Ja, den Anfang machen wir mit Captain Marvel. Sie hat insgesamt 4 Punkte. Sie hat, ich habe sie in Justice gespielt. Stimmt das? Ja, Justice. Sie hat besiegt Rhino und Crossbones und Venom. Dann gegen Klor leider knapp verloren. Und gegen Green Goblin gewonnen. Das sind halt 4 Punkte. Dann an 2. Stelle, bzw. auch an 1. Stelle, sie zahlen sich halt den Platz, noch ist Captain America. Er hat auch 4 Punkte. Den habe ich im Leadership gespielt. Er hat genau wie Captain Marvel gegen Rhino, Crossbones und Venom gewonnen. gegen Klor verloren und gegen Klor verloren und gegen Green Goblin wieder gewonnen. Das sind auch dann, wie gesagt, 4 Punkte. Ja, dann haben wir meinen Hulk in Aggression. Hat es nur auf 2 Punkte leider geschafft. Gegen Rhino hat er verloren, Crossbones gewonnen, Venom verloren, Klor gewonnen und Green Goblin verloren. Ich muss sagen, er hat trotzdem Spaß gemacht zu spielen. Und dann zu guter Letzt hatten wir meine Black Widow in Justice. Hat es leider auch nur, ist auf 2 Punkte geschafft. Gegen Rhino gewonnen, Crossbones und Venom verloren, Klor gewonnen und den Green Goblin verloren. Ja, das waren trotzdem 2 spaßige Wochen mit den Helden. Am meisten Spaß gemacht hat mir von denen auch, würde ich sagen, meine Captain Marvel. Jetzt, diese Woche, befindet sich auch gerade in der Endphase mit... Ja, lasst euch überraschen. Gut, das war ein kurzes Update. Das war jetzt noch nicht so lang, weil so viele Helden haben wir noch nicht zum drüber reden. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn ich viele, 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 viele gemacht habe. Aber es ist halt für mich zum Spaß und ich komme damit klar. Und zum Glück habe ich ja jemanden, der auf mich aufpasst und mir auf die Finger sieht und mich berichtet, sodass ich ein bisschen besser werde demnächst. Ja, daher nochmal schönen Dank und schaut am Samstag, am Samstag Video rein, da habe ich eine kleine Verlosung. Wäre schön, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, hoch lasst, gerne auch ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Avengers sammeln. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.